Die singende Puppe Patsy May, da sagen wir eher blaue singende Puppe, also zum einen hat man die schon bei Britain Gods Talent gesehen, also wo man sich so denkt, ah wurde das hier von den Puppenstars eingekauft, wurde die eingeladen, ich meine woher wies die denn, dass es in Deutschland hier Puppenstars gibt und so weiter und so fort. Und ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ich glaube die Nummer kam eigentlich vom Band, also das sozusagen, wo sie dann danach mit der Jury gesprochen hat, das klang anders als jetzt die Nummer selbst und auch dieses Singen, was man da gehört hat, also da war ja ganz schnell kurz reingesprochen diese Puppe und dann sang die 1a weiter, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, also ich bin mir relativ sicher, dass diese Nummer da vom Band kam. Zum Schluss hat sie ja auch nochmal kurz gesungen, wo sie dann mit der Jury rumgeredet hat und das klang auch vom Sound ganz anders als was da sozusagen während der Nummer zu hören war, also ich bin mir relativ sicher, dass die Nummer eigentlich vom Band kam.